Rein in den Battle Pass, wir sind frisch in den Servern drinnen, wir schauen uns den kompletten Battle Pass mit Bonusbelohnungen und sonstiges an. Falls ihr euch den kauft, gerne Supporter Creator Coach Schmerle im Shop eintragen, beziehungsweise beim Kauf, um mich kostenfrei zu unterstützen und ohne viel zu quatschen, gehen wir jetzt direkt rein. Ja, ich mache auch ab und zu mal meine Cam-Bag, das erste ist ein Ladescreen, Freunde, dann ein Bag-Bling und der erste Skin ist ja schon diese riesen coole Technik-Frau da, ne, ne, und die sieht schon mal die Maschinenmeisterin mit diesem Bag-Bling, wunderbar. Dann hat die, oh, wild, das ist ein Hängegleiter, ja, Leute, ein Hängegleiter, sieht ja nicht schon mal wild aus, wie wachsen natürlich, dann dieses Flammen-Logo, das Flammen-Logo steht für Nitro, oh, nice, ein Schraubenschlüssel, eine Schlagzange, ein Emote, sieht super aus, ja, okay, halt alles in diese Schraubrichtung quasi, ne, Lego-Sachen, okay, es gibt auch was für Lego jetzt im Battle Pass, also eine Lego-Wand und der Skin. Und ich sage euch, der Skin sieht babermäßig aus, mir persönlich gefällt der Skin extremst gut. Zweite Seite, ein weiterer Ladescreen von diesem Skin, natürlich ein weiterer Ladescreen auch mal wieder, beziehungsweise das waren Ladescreen, Freunde, ne, der ist hier so ganz, ganz groß. Das ist eine Lackierung, beziehungsweise ein Spray-Motiv. Dann haben wir hier einmal alles in blau, und zwar einmal der Gleiter in blau, dann einmal ein Musik-Pack, sehr, sehr rockig natürlich, ist ja alles auch in diesem Ödland-Thema. Oh, nice, Feuer-Kondensstreifen, super, und ein blaues Bag-Bling und natürlich passend den blauen Skin. Gehen wir einmal weiter, weitere Ladescreen, Freunde, oh, diesen Totenkopf mit Feuereffekten, super. Einmal V-Bugs, eine schöne Spitzhacke, gefällt mir tatsächlich, das ist jetzt der Rostmeister als Banner-Symbol und ein Emote. Und der Rock, Freunde, genauso wie Metallica, ne, in der Season 3 jetzt. Dann einmal der Rost ohne Maske, meiner Meinung nach ein cooler Skin, sage ich euch so, wie es ist. Dann noch ein Ladescreen, Freunde, tatsächlich einmal die Waffenlackierung, die sieht sehr, sehr cool aus. Oh, das ist ein, oh, ja, das ist ein Gleiter, Freunde, das ist ein Gleiter, den hätten sie damals wirklich für 2000 V-Bugs in den Shop geknallt. Der sieht so geil aus und so gut animiert. Dann einmal V-Bugs natürlich, Freunde, nach den V-Bugs hier tatsächlich einmal, oh, ein, ja, Emoticon, eine Spitzhacke, das Ganze auch wieder in diesem blauen Design. Und natürlich mit Helm, jetzt im blauen Design. Oh, jetzt kommt ein cooler Skin, ehrlich, einmal der Ladescreen, Freunde, hier seht ihr natürlich einmal die Erbsenbohne. Dann einmal hier die Musik. Die Erbse am Rocken, ne, passendes Backbling mit seinen Babys. Oh, nice, einmal ein Hängegleiter. Und der sieht schon mal sehr, sehr wild aus, Freunde. Dann einmal hier ein Spray-Motiv, auch sehr, sehr cool, Freunde. Ein, okay, alles klar, das sind so Stränge. Ähm, als Kondensstreifen, da passend zum grünen Erbsenskin. Und die Erbse, Alter, oder die Erbsenbohne. Sieht sehr, sehr cool aus. Meiner Meinung nach ein richtig cooler Meme-Skin. Ein weiterer Ladescreen, ein Emoticon. Diesmal alles natürlich in gelb. Die fühlen es auf jeden Fall. Dann den Hängegleiter, Freunde, in gelb. Dann einmal auch das Backbling in gelb tatsächlich. Die Spitzhacke, die doppelhändige Spitzhacke mit so gelben Strängen. Ein, äh, ja, Banner-Symbol und der Skin gelb. Oh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich finde beide sehr cool, muss ich sagen. Ich finde beide Farben sehr cool. Okay, weiterer Ladescreen, Freunde. Eine Spitzhacke und die sieht wild aus. Ich glaube, das ist eine Einhändige. Die sieht echt schön aus. Dann ein, ähm, Emote. Eine Waffenlackierung. Animiert ist die nicht, ne? Die bewegt sich nicht, okay? Ist nicht animiert. Dann dieses Backbling. Oh, ja, mit diesem Neon-Punk-Frisur-Ding, ne? Die hat ja auch so eine eigene Punk-Frisur. Banner-Symbol und das ist die dann vom Teaser. Und die sieht echt überraschend gut aus. Ich finde, die sieht echt überraschend sehr, sehr gut aus, meiner Meinung nach. Dann einmal ein Ladescreen. Der Gleiter. Wir haben uns den Battle-Pass auch schon, äh, von, äh, ja, Test-Servern angeguckt. Gefällt mir eh. Ich weiß ja schon, was kommt. Dann natürlich hier einmal auch ein cooles Contrail tatsächlich. Hier einmal ein... Oh, ja, Feuershow. Die Feuershow in Fortnite, Freunde. Da will ich gar nicht wissen, was für Roleplays entstehen werden. Sieht sehr schön aus. Sehr schön, Emote. Natürlich V-Bucks und ein Spray. Und der Skin mit einem Hundekopf oder Hundemaske. Auch sehr, sehr cool. Und jetzt, Leute, kommen wir zu Fallout, ne? Fallout, Ladescreen. Einmal natürlich diese Lackierung. Und sobald ihr hier ein Kill habt, steht hier eins. Wenn ihr zehn Kills habt, steht hier zehn. Also eine reaktive, natürlich, ähm, Waffenlackierung. Dann einmal V-Bucks. Sehr, sehr cool. Eine, eine Schwert oder so eine, so ein Rostteil als natürlich Spitzhacke. Passt natürlich gut dazu. Dieses Backblink kennt man aus Fallout, ne? Also alle, die das geschaut haben, gespielt haben, wissen ja was, ne? Auch natürlich ein typisches Banner-Symbol. Und die T60-Power-Rüstung. Und die sieht doch sehr wild aus. Dann einmal das Ganze auch in Rot. Mit Ladescreen, Freunde. Mit Emoticon. Ja, Mann. Das ist, das ist cool. Vor allem, wenn man dann noch den Skin ausgerüstet hat. Diesen, diesen animierten Emote, Freunde. Dann einmal tatsächlich ein cooles, einen coolen Gleiter. Der ist zwar simpel, aber hat irgendwie was. Ich weiß nicht. V-Bucks natürlich. Ein weiteres Backblink. Das Ganze natürlich wieder in Rot. Genauso wie dann die T60-Power-Rüstung. Hot Roder. Und die sieht wild aus. Mit diesen Flammen. Mit diesem Rot. Gefällt mir noch besser, sage ich euch. So wie es ist. Wie gesagt, habe ich auch schon, wo wir das angeteast bekommen haben. Sehr gefeiert. Ein weiterer Ladescreen, Freunde. Ein Emoticon. Sehr, sehr schön. Dann einmal V-Bucks. Ganz klar. Also ihr kriegt wieder viele V-Bucks. Dann Regenbogen. Lackierung. Regenbogen. Ja, äh. Horn-Spitzhacke. Dann einmal natürlich Regenbogen. Beziehungsweise Müll. Quasi Contrail. Und die Farbenbomberin im neuen Design. Auch wild. Sieht wild. Sieht apokalypsisch aus, wenn man so sagen möchte. Dann die nächste Seite, Leute. Ein weiterer Ladescreen. Ein schönes, tatsächlich Spray-Motiv. Mit dem neuen Stil. Auch die Spitzhacke neu designt. Ein Emoticon. Und dazu kann man auf jeden Fall abgehen. V-Bucks dann einmal. Dann einmal tatsächlich dieses wunderbare Bag-Bling. Einmal dann hier tatsächlich. Oh. Oh, der gefällt mir auch gut. Mit so Nightrider-Helm, wie wir den schon in Game haben. Hier natürlich so ein Horn drauf. Und das gefällt mir. Muss ich sagen. Gefällt mir auch. Diese ist die Richtung. Und letzte der Anführer. Mit Ladescreen. Einmal hier eine reaktive Waffenlackierung. Ihr seht's. Das Nitro fließt hier durch. Dann einmal diesen Klop-Hammer hier. Klop-Holz, Alter. Junge, das ist wie so ein Hammer, mit dem ich meinen Schnitzel paniere. Oder erstmal meine Schnitzel hier. Äh, kleinen Schaller. Dann einmal ein Banner-Symbol. Passendes Bag-Bling. Auch reaktiv natürlich. Und rote Blitze. Oh, das ist wild. Genau wie im Sandsturm. Genau wie im Sandsturm. Rot. Also der Sandsturm, der so nach hinten geht. Und diese rote Blitze, die im Sandsturm waren, sieht sehr wild aus. Und der Skin. Und ich muss sagen, das ist ein prächtiger 100. Level 100 Skin. Also der lohnt es sich wirklich. Dann ein weiterer Ladescreen. Wiebugs. Dieses reaktive Emojicon, Freunde. Einmal die Musik von ihm. Ö, ähm, Ödland-Herrscher. Sehr, sehr düster. Und dann natürlich sein Ort. Und zwar diesen Hai. Dieses Boot quasi als Gleiter. Die Gleiter sind echt geil, ne. Auch hier mit dem Nitro. Nochmal Wiebugs. Und dann die finale Stufe. Und das ist crazy. Oh ja. Digga. Das ist ein Level 100 Skin, der sich gewaschen hat. Der ist crazy. Das ist also ein würdiger Level 100 Skin. Sieht mega geil aus. Dann gibt es Bonusbelohnungen. Sechs Seiten, Freunde, ne. Einmal einen weiteren Steal von diesem Gleiter. Dann mit diesem Backblink, Freunde. Eine doppelhändige Spitzhacke von diesem Erbsenskin Wiebugs. Dann nochmal die Punkfrau mit Grün und auch diesem Helm. Superschön. Waffenlackierung. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Waffenlackierung, wie gesagt. Nochmal Wiebugs. Dann einmal dieses Backblink. Auch vom Herrscher war das, glaube ich. Ja. Nochmal Wiebugs. Also ihr kriegt so viel Wiebugs. Das kriegt ihr locker wieder raus, was ihr ausgibt. Und natürlich schwarze Ritter-Variante. VTT 60 Power Rüstung. Power Platten. Sehen schön aus. Ein schöner Stil. Gefällt mir super. Backblink auch wieder vorlaut. Ne. Wieder Wiebugs. Wieder ein Knüppelhammer, mit dem ich meinen Schnitzel zerschallere. Vom Herrscher. Nochmal Wiebugs. Und den Megalodern in der Blau. Ja. Türkisen-Variante, ne. Gib mir Schluckus-Vibes aus Chapter 2. Und dann ist Seite 4, Seite 5 und Seite 6 tatsächlich noch versteckt. Also Seite 6, 5 und 4 versteckt. Und die ersten drei Seiten können wir schon sehen. Haben wir uns gerade angeguckt. Die anderen werden wir uns natürlich angucken, sobald sie für uns verfügbar sind. Auftragsbelohnungen, wie immer. Den Ladescreen, die Key habt. Diesen Schraubenschlüssel, ne. Vom ersten Skin. Dann tatsächlich Rostmeister in dieser weißen Variante. Dann dieses schöne Emoticon. Sehr nice. Und jetzt kommt wieder... Oha. Leute. Was ist das? Das ist ein Gleiter. Das ist crazy. Der sieht so geil aus. Und dieser Skin. Ich weiß nicht, der Skin hat was. Ich finde den so nice. Und zweite Seite ist auch verschlüsselt. Also auch hierbei tatsächlich Auftragsbelohnungen. Seite 1, Hammer. Seite 2, schauen wir uns an, wenn es soweit ist. Magneto. Ja, Leute. Magneto. Haben wir ja gesehen. Magneto kommt. Wenn es soweit ist, soll laut den Leaks im Juli sein. Das bedeutet, Magneto kommt. Er hat auch eine mythische Waffe dann. Mit einem Schild und mit einem Dash, wo man reinknallen kann. Das wird alles im Juli kommen. Wir wissen so, dass der Skin so aussehen wird. Mit zwei Seiten. Die zweite Seite ist noch komplett füllt. Die erste Seite, da haben wir hier schon den Skin. Aber das wird alles im Juli kommen mit mythischer Waffe. Und zum Schluss, Fortnite Crew. Wie gesagt, könnt ihr euch kaufen mit meinem Creator Code. Und das war der Battle Pass. Sieht sehr, sehr geil aus. Verpasst nicht unbedingt noch das Video, was heute kommt, wo wir uns alles angucken. Mir gefällt es. Eure Meinung ist gefragt. Schreibt es in die Kommentare. Und das war es gewesen. Haut rein. Euer Schmäle. Und ciao.